hallo hier ist der martin von mannemang hier ist das die DAX Analyse für nun dienstag den 28.03.2023 unser DAX hat zum montag hier sein vieh mal aus dem dreck raus gekriegt aus dem wasser sieht bullig aus naja hörner sind klein bei ein bisschen wackelig kräftiges tierchen ist es noch nicht aber wenn wir betrachten was wir gestern gesagt hatten auch in bezug auf die tageskerze zum beispiel dass das jetzt nicht unstimmig wäre wenn er jetzt anfängt sich hochzuschieben sollte man hier jetzt wirklich langsam aufpassen dass einem hier jetzt nicht das pferdchen davon galoppiert denn auch auf der perspektive sehen wir dass er sich mit sma 20 also dem mittleren bollinger band nach dolle rumdrückt sollte er das jetzt aber ausgehebelt bekommen nach oben mit einer kerze sprich im grunde gar nichts dagegen auch wieder bis zum oberen band durchzulaufen und dann ist immer schwuppdiwupp hier schon fast wieder auf neun jahres hoch sind es noch nicht das jahres hoch notiert ja wartet mal halt hier hat es ja angefangen doch neun jahres hoch ja dann wäre wieder auf neun jahres hoch deswegen sollte man dann hier wirklich aufpassen dass man dann gerade oberhalb von 270 oberhalb von 300 nicht zu sehr auf der shortbrille sitzen bleibt sonst könnte das sein dass es einem das dann hier oben irgendwann leid tut na und man vergebnis geld und wartezeit investiert hat und dann quasi handlungsfähig ist das immer das große problem dass die meisten dann wenn sie einmal short irgendwo schief aussitzen einfach nicht in den long rein finden sie kriegen das dann nicht hin und wenn sie dann noch probieren an einer dümmsten stelle wirklich von da wo dann wirklich 100 punkte wegfällt dann hedgen sie sich dort aus oder suchen dort mal einen long und das ganz 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 schwierig deswegen am besten bei zeiten umsteigen bei zeiten umschalten und das kann hier jetzt die nächsten tage sogar schon losgehen wir haben dienstag und als turn around tuesday natürlich immer eine gewisse option dass er auch sich weg dreht und weg kippt ich fände es gut wenn er dafür eigentlich nähe man kann man kann aus der perspektive nicht mal sagen dass es gut wäre wenn er vorher weg dreht weil er durch diesen impulsiven zug her quasi dann hier wahrscheinlich eine art reich bauen würde und dann auch bloß wieder nach oben also für eine richtige bärische variante müsste eigentlich einfach nur richtig in die hacken treten also richtig dynamik nach unten mal bringen das hier hat nicht gereicht das war nicht genug kalt ne das war so ein tag mal ein bisschen bisschen was unten raus drücken ja und schwuppdiwupp schon am gleichen tag wieder alles zurückziehen das reicht nicht neue tiefs immer wieder aufgerufen das reicht nicht ne um wirklich rauszukommen wegkleckern runterfallen deutlich unter 15.000 wieder drunter dann könnte man anfangen hier auf der unterseite wieder chancen zu wittern ich sag mal frühestens mit einem unterbieten von 15.100 würden sich leichte rücklauf chancen überhaupt erst ergeben vorher vorher nicht ja und solange der jetzt hier weiter auf unserem ast nach oben klettert spricht auch nichts dagegen das vielleicht auch per aufwärts geht mal ein bisschen zu beschleunigen naja also da ein bisschen aufpassen wenn er dienstag per aufwärts hier reinkommt nicht dass dann alle rumrennen turn around turn around turn around und hauen jetzt hier 100 shorts rein weil dann steht er wirklich am abend hier oben bei 440 450 na ähm da passt einfach ein bisschen auf wir haben hier interessante zone immer noch um 270 300 das ist attraktiver bereich der wird gerne verkauft von den verkäufern da sollte man ein bisschen aufpassen auch diejenigen die long vielleicht drin sind sollten da aufpassen vielleicht sogar einen kleinen teilverkauf in der wägung ziehen na dass man ein bisschen was eintütet für den fall der kippt dann doch wieder runter und steht einem später am einstand könnte man sich dort was versilbern ansonsten bleibt der fall gültig das ist alles so ja was soll ich sagen der liegt da auf der linie was soll ich da drum rum quatschen der kurs ist klar das ziel ist klar haben wir alles besprochen ähm wie gesagt unter 15.100 wäre so für mich so ein erstes warnsignal dass vielleicht irgendwie was nicht stimmt unter 15.000 wird es sich für mich ein bisschen ins negative drehen und dann eigentlich dafür sprechen dass ihr unten nochmal probiert irgendwie in dem in dem bereich hier nochmal entweder über neues tief oder das untere band um 8 80 das würde schon vollkommen reichen von hier oben dann hier drauf und dann von dort nochmal hoch da hier muss man ganz genau hingucken wie verhält sich der markt kommen hier käufer rein oder kommt hier schwäche rein ja dann kommt schwäche rein wird der markt panisch das heißt beschleunigt da unten auf rennt hier innerhalb von zwei drei attacken runter kommt stärke hier unten in so einem bereich rein kaufen die leute hier dann wird es ein dreieck dann springt später nach oben raus das würde dann ungefähr das würde dann ungefähr so aussehen wartet man ja also nur nur einfach mal ein bisschen dieser nach wie würde der markt typischerweise auf sowas reagieren wenn der markt jetzt runter kommen würde es ist am ende immer bloß wie ein bisschen schach spielen hier halt na es sind immer die gleichen züge die der markt macht du weißt aber trotzdem noch nicht was macht der gegner jetzt für nächsten zug aber man kann sich immer schon darauf vorbereiten und das dann ein bisschen kommen sehen und einordnen auch wenn es keine garantie gibt ja aber wenn er jetzt hier zum beispiel runter drehen sollte unterhalb unterhalb von diesen hochs er dreht sich jetzt hier runter würde er tendenziell zu sowas tendieren und dann würde aber aus dem antrieb heraus hier raus noch mal ein zweiter strom nach oben kommen ja einfach aus dem grund dass er jetzt hier auf dem stück viel 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 langsamer hoch runter gekommen ist also dass hier hoch gekommen ist das ist das ist trend das ist der trendgebende strom oder die strömung die die der trendschuh ja das ist jetzt die korrektur bewegung gewesen die jetzt schon wieder nach oben ausbremst und das spricht formal eigentlich erstmal dafür dass er oben raus kann garantie gibt es wie gesagt nicht deswegen sollte man sich immer abgrenzen sich immer absichern und deswegen würde ich auch sagen wenn jetzt hier zum beispiel sowas hier nach unten bricht oder auch hier oben diese diese 100 nach unten aufmacht einfach so stückchenweise sich ein bisschen dafür öffnen vielleicht sich darauf einzustellen dass er runter kommt dann ist man in dem moment wo hier unten ist nämlich nicht überfordert und nicht unvorbereitet und kann sich dann ganz genau angucken weil was müsste machen um richtig und rauszukommen dann müsste wirklich um das jetzt immer alles weg so das sind das ist politische variante die andere politische variante wäre ja er machte direkt den ja oder gerne auch so ganz schönes geschmierer aber das sind das sind typische bilder wie man es immer wieder sieht wie gesagt wir wissen nicht was kommt wir sind keine hellseher wir können keine zukunft sehen das ist auch nicht meine aufgabe für euch die zukunft zu prognostizieren sondern einfach zu sagen aus der erfahrung heraus wie bewegt sich der markt typischerweise wenn bestimmte sachen eintreten und das klappt ja ziemlich gut wie zum beispiel guckt er im fall an ja es ist auch wieder so ein punkt und gesagt haben okay hier unten in dem bereich gucken wir genau hin dreht er sich hier nach oben kann er wieder komplett zurücklaufen neues hochmachen und dann macht er das auch aber wir müssen eben auch darauf achten dass er diese bedingung immer das ist wie so eine klassische wenn dann perspektive das müssen wir verinnerlichen das müssen wir betrachten und dann kann man es eben auch für sich nutzen und hier klare aussage wenn unter 100 bisschen auffassen ja das muss nicht heißen dass er weg bricht der kann auch unter 100 kurz antippen und hoch aber unter 100 wäre ich ein bisschen kritisch unter 15.000 würde für mich ein 3 kriegen richtung 880 und dann würde ich lieber unter 15.000 schon short sein wollen als erst bei 880 short suchen zu wollen wie gesagt weil es gibt diese option für das hier na und dann wäre es blöd wenn du halt hier erst short bist so und deswegen lieber gleich hier short sein dann könnte man hier im zweifel wenn man sieht okay der macht bloß ein dreieck eben einfach ganz bequem wieder auf ein stand raus ja und deswegen ist es wichtig sich vorzubereiten welche alternativen greifen wo und für das richtig negativste nach oben ist der welt wirklich eigentlich in den den hier reingeht ja so das funktioniert nicht anders ich meine er könnte noch er könnte hier den ast drüber spielen das wird das wird dann schon kriegen weil so dazu ist das hier und so impulsiv gewesen kriegen die käufer zu viel bock einfach den markt zu kaufen weil sie die stärke gesehen haben sie haben die stärke gesehen das ist wie so ein haifischbecken oder wie so ein wie so ein wie so ein wie so ein becken wo einer reinspringt sind lauter haifische drin und der ritt sich einfach mal einfach mal so ein bisschen bisschen ins bein ein bisschen oberschenkel rein ritzen und dann riecht das ganze wasser nach blut und dann kommen die anderen und so ist es an der bürste auch alle wollen gewinne alle wollen gewinne aus privatanleger die die wollen immer verlieren aber die großen jungs die wollen profit da geht es nur um profit um nichts anderes geht es nur um profit und dann wird da geschlachtet und wenn die jetzt hier sehen hier krasse trendströmung nach oben hier also impulsive bewegung konnte dann wird dann die dann wird dann die das hier geld zu holen ist ja und deswegen da einfach ein bisschen aufpassen ja in dem moment wo natürlich auch um raus geht ok soweit verstanden unter 100 risiko einplan bis 88 die aussage bleibt kommt nichts unter 100 kommt ein aufwärts gelb lassen laufen rein in die 270 300 erste wichtige zone zweite zone hier oben 450 rum punkt ende aus ich wünsche euch viel erfolg bis morgen tschüss